Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Fieldrunners 2. Und weiter geht's Leute. Den haben wir jetzt schon voll ausgebaut. Deswegen könnten wir den noch, den da müssen wir auf jeden Fall ausbauen, der macht schönen Damage. Und hier, da ist die Frage wo, kommt man eigentlich auch mit so einem hin? Hier vielleicht? Nein. Da wär's angesagt. Aber dann müssen wir den Slower hier weg. Und den hier als Slower benutzen. Das geht. Updaten. Nochmal updaten. So, jetzt beschleunigen wir ein bisschen wieder. Es ist Runde 42. Und es läuft eigentlich soweit. Wir brauchen ein paar Dollar. Lassen wir das mal durchlaufen. Laufen, dass wir Money kriegen. Money, money, money. Dabei geht's ja eh ganz gut. Flugzeuge kommen hier. Keine. Oh, die schon wieder. Mann, wie ich die hasse. Ja, diese Heiler sind wirklich wie die Pest. Krieg's nicht down so. Ja, die Heiler sind scheiße. Die hätten uns jetzt fast das Game gekapert hätte. Da müssen wir nur ein bisschen was ändern hier. Stopp. Die können wir jetzt hier einstellen. Und updaten natürlich. So, nochmal updaten. Und er ist auf full. Was macht denn der jetzt eigentlich? Oh, 30 Minuten dreißig. Das geht. Er macht ja Flächendamage immerhin. Und hier möchte ich den Tower dann nochmal hin. Ich hoffe, das bringt was. Also, lassen wir das jetzt auf schnell. Lass mal Kohle kriegen. Oh, ne, schon wieder Heiler. Ey, das kann es doch nicht sein, Leute. Wir müssen zur Not jetzt mit dem Zeppelin arbeiten. Da darf keiner mehr durch. Es geht nicht. Wir müssen. Ja, aber was soll's? Was kriegen wir, wenn wir den verkaufen? 30, das geht so aus. Stopp. Jetzt können wir uns den leisten. Er macht auch wieder schön Damage. Sehr schön. Gleich können wir uns das Update hier leisten. Oh, LKW, ne. Wird denen aber auch nix helfen. Hier wäre noch ein Slower vielleicht nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sie sind uns durchgewandert. Leute, wir haben's verkackt. Wir haben's verkackt. Wir haben's verkackt. Es ist halt nicht leicht, ne? Tja, der Tower, der ist jetzt nicht so das Wahre. Aber was soll's, was soll's, was soll's. Wie viel Gold haben wir oder Dollar? Ich sag schon wieder Gold. Können wir uns vielleicht nur diese Maschinengang da kaufen. Die wär vielleicht noch interessant. Hm, das ist zu wenig. Gut, Leute. Das war's mit unserem Let's Play zu Fieldrunners 2. Wir haben es ja schon durchgespielt. Es ging ja nur mehr um, ich sag mal, um schwere Level oder so. Teilweise haben wir hier auf 3, wie ihr seht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit mir. Zocker an die Let's Play, dieses Game. Es ist wirklich klasse. Also ich kann's nur empfehlen. Ähm, ich werde auf meinem Kanal noch weitere Tower Defense Spiele spielen. Auch demnächst. Es kommt gleich im Anschluss eines. Welches seht ihr dann gleich? Und auch die neuen Games, ne? Also alles, was aktuell ist, wird von mir so durchgezockt. Was ein bisschen Fun macht, sag mal. Und Tower Defense ist bei mir ein Dauerbrenner. Also sobald ich ein Tower Defense Game in die Fingern krieg, zack, wird's Let's Play. Da könnt ihr sicher sein. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss. Tschüss.